Hi, Whip Guitar hier. Schön, dass du beim zweiten Teil meines Steve Moores Technik-Videos dabei bist. Ich bleibe in der Tonleiter, in der G-Pentatonik hier, im dritten Punkt, Position 1. 6-3, 6-3, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 1-3 oder 6-3. Das sind die gleichen Töne. Die Gitarristen, die bevorzugen, diese Stellung nach links in die fünfte Lage der Pentatonik zu gehen, weil sie dann hier noch diese Töne hinzufügen können. Okay. Wir sind hier weiter in der Tonleiter. Ich füge diese Töne hinzu. 5, 5, 5, 6-5-3, 3-mal. Ich spiele dann hier 5-3, hier die Blue-Note. 5, 4, 3, 1, 2, okay. Mal langsam. ok so jetzt zu dem eigentlichen pattern das ist das klassische vierter und das ist mit einen mit unter eines der schwierigsten parents überhaupt auf der gitarre und das auf tempo zu bekommen dafür brauchst du viel ausdauer geduld und vor allen dingen du musst es langsam sehr sehr oft wiederholen damit keine fehler drin ist sondern das pattern ich spiele in der tonleiter immer vier töne geht dann auf den zweiten ton der leiter spiele dann wieder vier töne vom dritten ton der tonleiter wieder vier ich bin mir sicher dass das kapiert ich spiele jetzt dasselbe oktaviert hier oben damit du das gut sehen kannst und werde dann hier schön an so und das sieht dann folgendermaßen aus ok ich beginne noch mal von vorne ich habe es ein bisschen leise gedreht noch mal langsam eins zwei drei vier dann beginnst du mit dem zweiten ton der tonleiter spielst wieder deine vier töne dann beginnst du mit dem dritten hier und spielst wieder vier dann mit dem und wieder vier und dann nach unten ich bin jetzt wieder raus damit du mein picking auch beobachten ganz ich frage dir jetzt ein ein wirklich eines der geheimnisse der 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 des getan spiels und und zwar viele der modernen guitaristen auch wie joe bonamassa irgendwie man ist denn schon ein bisschen älter frank am bahler die verwenden ein sogenanntes economy picking das sieht bei mir normalerweise sieht alternate picking wechselschlag immer so aus also jetzt beobachten wie ich das spiel immer beim wechsel auf die nächste seite wenn ich von unten nach oben picket dann wenn ich den einen aufschlag habe dann bin ich auf der nächsten seite auch ein aufschlag ich hoffe du siehst dass ich spiel das jetzt mal einfach die tonleiter runter das sieht sehr flüssig aus wenn man das schnell spielt nur wenn du siehst dass meine hand nicht die ganze zeit so spielt sondern etwas sich etwas so bewegt wobei ich das bleibt und nicht nicht bewegen dann verwende ich dieses sogenannte economy picking ich werde jetzt in einem anderen extra video darauf eingehen so zurück zu unserem lauf drei pattern stiefmohr style so klingt das ich werde die jetzt kurz ein loop hier einspielen und zwar jetzt finde ich den rief von bürgen da ok und dann werde ich diese beiden beispiele erhaben über 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 diesen über diesen über diesen rief spieler rief gezogen ok ich nehme jetzt auf drei vier und so wenn ich jetzt dieses vierer pattern überspiele entschuldige so jetzt verwende ich die ich hoffe es war nicht zu viel verzerrungen im video im spiel und du konntest das gut hören das vierer pattern kombiniert mit mit string skipping und dann hast du typische läufe a la steve maus ich hoffe du hattest spaß mit meinem video und wenn du fragen hast zu dieser technik dann schreibe mir in der box unter diesem video ich wünsche dir viel erfolg und denke daran diese beiden muster des vierer ist eines der wichtigsten patterns eines der wichtigsten musste dass du auf der e-gitarre beziehungsweise auf der gitarre spielen kannst wie auch string skipping das ist eine besondere technik viel zeit und geduld erfordert versuche eigene ideen zu entwickeln habe viel spaß mit diesen tipps von mir ich bedanke mich für deine aufmerksamkeit wir sehen uns im nächsten video das war gut geht das war gut geht das war gut geht das war gut geht das war gut geht